Wenn ein Thema in Bayern gerade ganz gravierend aktuell ist, dann ist es das Artensterben, das ein Ausmaß angenommen hat, wie es noch nie in Bayern erlebt haben. Da müssen wir jetzt gegensteuern. Alle Ratschläge der Fachleute wischen Sie einfach zur Seite. Sie betreiben keine Politik für den Artenschutz. Sie betreiben eine Klientelpolitik rein für die Landwirte und das ist falsch. Wir haben in Bayern ungefähr 80.000 Tier- und Pflanzenarten. Wenn man das hochrechnet, sind ungefähr 40.000 Tier- und Pflanzenarten sind in Bayern vom Ausstören bedroht. Also vor dieser Zahl muss man nicht nur Angst haben. Diese Zahl, das ist eine Zahl, die das Versagen Ihrer Politik mehr als dokumentiert.